Hi Leute und willkommen zurück zu Age of Empires 2. Wir haben im letzten Part hier eine Burg zerstört, hier ein paar Türme zerstört und sind dabei ein bisschen Steine abzubauen, damit wir noch eine größere Verteidigungslinie bauen können. Das könntest du auch schon mal machen, wenn du hier einen kleinen Wald ziehst. So, wo werden wir angegriffen? Nirgendwo. So, wir werden weiter fleißig basteln. Ah, komm her. So, dann wirst du hier das da bauen. So, wir sind auf dem Weg in die nächste Zeit. Und die Forschung sieht soweit ganz gut aus. Okay, das Gold haben sie, das brauche ich gar nicht versuchen. Wir haben selber noch ein bisschen Vorräte an Gold. So, und du kannst mal direkt eine Burg dahinter bauen. Eine da und eine dann da oben. Dann sollten wir, wenn sie von hier kommen, sicher sein und müssen sie da auch noch dran vorbei. Wenn sie von da kommen, ja, sollen sie von da kommen. Was wollen sie machen? So, rührst mal. Die ist fertig. Machen wir alles hier ein bisschen verbessern. 10.800, wow. Ähm. Oh, jetzt geht mir die Nahrung raus. Sie macht nichts, dann hilft sie auch. So. Nein. Die kommt doch nicht mehr weg. Ah, nö. Ich bin ein Trottel. Egal. Du produzierst. Die kannst du auch schon mal forschen. Eigentlich hätte ich nur diese Burg gebraucht. Dann kriegen die auch noch sicher zu sein, aber kann nicht schaden, dass wir die hier haben. Generell kann die große Verteidigung haben. Ah, sehr schön. So, die Hälfte auch noch mal kurz aus. Das ist schon blöd gelaufen, ne? Soll ich hier noch eine Burg bauen und dann einen kleinen Wald ziehen? Könnte man eigentlich tun. Könnte man eigentlich tun. Ich möchte mal kurz ein bisschen stöbern. Wo geht's da hin? Dann braucht man jetzt ja gar nicht. Oh, Gold. Oh, Gold. Wir haben die Burgen errichtet. Wir sind bereit, den Angriff von König Wenzel und seinen römischen Ritter dann zu halten. Okay. So, du greifst das mal direkt an. Ich brauche auch noch ein paar Reiter, habe ich gesagt, gehabt. Ich habe sie nicht gebaut. Ähm, ein paar Ritter und die Forschung. So, die stirbt, wenn sie nicht wirklich Bewegungsradius. Das weiß ich nicht. Kann ich? Kann ich? Oh, was zum? Okay. Ähm, der schietet doch. So, dann lassen wir ihn in den Spielkram vielleicht. Okay. Geh jetzt mal dahin. Ach, du Schande. Was zum Henker passiert da gerade? Ist ein bisschen übertrieben. Ein bisschen übertrieben, ja. Ne? Alter, keine Chance. Die Mission macht mich fertig. Das einzige, was ich machen kann, ist die Dinger schon mal zerstören. Ähm, 20, passt. Ich brauche weiter. So, Handa. So, ihr geht da drauf. Komm schon, nach vorne. Oh, nein. zurück zurück ach du schande wie läuft das an so die München haben was zu tun was kaputt so angriff so machen kaputt was echt überlebt ultra knapp richtig knapp so braucht man neues damit so das war gar nicht so schlecht was wir da geleistet haben zuerst die katapulte weggenommen mit den ersten burgen das war wichtig sonst hätten die meine ganzen einheit geprägtet dann mit den reitern schnell noch mal die triebe zerstört das fand ich auch relativ wichtig dass das passiert und jetzt haben wir es eigentlich geschafft den angriff abzuwerden einfach ein hier könnte nicht sein kann dass sie sonst lang laufen aber es wird gekriegt so dass wir neue einheiten reinschmeißen das ist nicht gut so team 1 2 das passt so dann sichern wir uns erstmal hier rohstoffe hier kommen alle mit die steine sind auch unser der ist so gut wie tot ich hätte nicht mit so einem fetten angriff gerechnet dass er mit triebecken und alles hochgelevelt kommt war doch ein bisschen knapper als es hätte sein sollen wo ich erst so zuversichtlich war da kommt mit einer großen armee aber nein er kommt mit gewaltigen armeen oh shit angriff so so okay ok noch mehr sachen kommt so drei bogen so wichtig scheinbar vielleicht hat es auch nur den angriff getriggert kann ja sein so wie viel habe ich hier dünne 3 plus 14 fehlen noch drei so die kommen nicht oben war sicher naja oben war sicher alle was zu tun passt so weit ist nichts so wir sichern uns die steine Elite-Deutschritte sogar wo will er hin lässt er sich bekehren die Hechte dann doch ganz gerne hehehehe so jetzt tue schon mal nach da hinten die Burg verteidigen so hier braucht noch ein bisschen nicht so schlimm so die Polen tun uns nichts die haben bisher immer noch ein paar Männchen geschickt und dann war es das schon wieder die Rohstoffe sind scheinbar auch bald leer zumindest haben sie kein Gold mehr das ist ja auch ganz viele Burgen hier hinten bauen können ohne in dem Gebiet zu sein weil er hat ja nur getriggert wo ich hier und die beiden fertig hatte wer weiß so Forschung kann man nie genug haben jetzt fehlt mir der Gold das kann er da einfach durchlaufen keiner tut irgendwas weißt du hier na gut keiner soll er langlaufen ich denke wir können die blauen jetzt erst kaputt machen dann die roten und dann gucken wir mal ob wir an die rankommen dafür dass ich am Anfang nicht wusste was ich hier irgendwie tun soll weil wir hatten irgendwie hier gar nichts dann mussten wir doch aufklären dann kam hier das dazwischen so ey baut da mal was äh ich hab noch nichts gebaut ja und dann konnten wir hier wenigstens ein bisschen Gold noch uns sichern die Angriffe von ihm und so hat aber ganz gut geklappt zum Schluss so ich gebe mal das Gold ab kommt schon mit dem Stein anfangen woher da hat er ein welches ist denn da auf dem rücken Nein, kein Kreuz, ne? So, oh! Oh, shit! Okay, das haben wir geschafft. Wir müssen wieder herkommen. So, noch mal das kaputt, du den. Oh nein, 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 alle zurück. Auch zurück. So, jetzt auch ein leichtes Geschäft hier, oder? Jawoll. Ach, du Schande. Jetzt wird aber mehr. Was zum? Ah, toll. Nein, 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 alle zurück. Das ist zu viel. Was zum Henker geht hier vor? Das ist meine Leute in Ruhe. So, sie auch noch mal. Ich brauche neue Mönche. Einen hier oben hin. So, gegen Pfeile sind die nicht gewappnet. Oh Gott. Oh, sehr schön. Sie haben überlebt. Ach, ich habe sogar noch einen Mönch da stehen. Schön. Ähm, was genau ist euer Auftrag? Meine Leute bewachen. Finde ich gut. So, hier passiert noch nichts mehr. Ich glaube, mit plus 50% Widerstand, oder? Keine Leiden kommen um. Äh, noch kam er jetzt nicht mit. Den komischen Heinis. Schön, dass ihr zuguckt. Während ich eure Rohstoffe klaue. Schön, dass ihr zuguckt. Während ich eure Rohstoffe klaue. So, der Halti. Perfekt. Oh, dann kann doch mal einen frechten Mal reparieren. Dann könnte man drüber nachdenken. So, schnappt euch mal die da. Bei nur zu gucken habe ich doch ein bisschen Angst. Sind mir die dann irgendwann zerschrotet. So. Und du nochmal. Und wieder zurück. So. Jetzt haben wir einen Nahkämpfer. Für die Verteidigung. So. Schön, schön, schön. So. Noch eine Einheit für vier. Ein bisschen verstärkt. Noch mehr? Nein. So. Team 1. Und Team 2. So. Was könnt ihr als nächstes machen? Haben die noch Ressourcen für mich? So. Stell mal wieder auf das ein. Ach du Schande. So. Ach du Schande. Und wieder zurück. Doch schon wieder ein bisschen too much. So. Dann können wir uns schnappen. So. Dann gehen wir da hoch. Hm. Doof, dass er dann die ganze Zeit mit diesem Deutschschritt lang kommt. So. Komm schon. Burg. Retting. Ja. Schön gerettet. Perfekt. So. Jetzt habe ich hier zwei wieder einen verloren. Oder zwei. In ganzer Welt. Aha. So. Ein Nerf. Und hier wieder mit. Ah. Ah. Soll schon mitgehen. So. Ihr könnt ja aber mal ein bisschen Holz farmen. Über das. So. Ärgern wir den Rot noch mal ein bisschen. So. Dann gehen wir den Rot noch mal ein bisschen. So. Einmal heilen lassen. Und die können noch mal ein bisschen arbeiten. Ich müsste eigentlich hier oben auch noch eine Burg hinstellen. mal ein bisschen Holz abliefern. Und mithelfen. Du musst schnell gehen. Oh. So. Und die Leute wieder ärgern. So. Und die Leute wieder ärgern. Und den auch nochmal wegnehmen. Oder so. Ja. Perfekt. So. Dann könnt ihr auch nochmal wieder. Holz füllen. Und dann geht ihr jetzt die ganze Zeit nur da rauf. Nein. Okay. Holz doch die. So. Jetzt zurück. Rette durch. Rette durch. Ja. Dann kann ich leben. Oh toll. Oder halt den. So. Einer weniger der angreift. So. So. Bamböcke. Dann auch nicht lange leben. Dann auch nicht lange leben. Ist mir jetzt nicht lange genug. so. Na. Na. Neun Ritter dazu gekriegt. Ah ne. Du kannst dich mal. Zu den gesellen. Wieso greifst du das dann? Mal erstmal das Ding kaputt was sich reingreift. Mal erstmal das Ding kaputt was sich reingreift. Ja. Sehr gut. So. Wenn das denn weg ist. Haben wir auch eine gute Verteidigung. Und das. Die Burg ist hier abgelenkt. Von irgendeinem Scheiß. Ja schön. So. Sehr schön. Dann wenden wir aber erstmal hier den Part. Wir haben so ein paar kleine Punkte. Das schützt uns. Der schützt uns zur Not. Falls das hier nochmal fällt. Und das hier ist einfach mal. Ein bisschen klein zu halten. Und. Arm zu kriegen. Vielleicht sogar. Haben wir. Haben wir. Gut. Dann melden wir erstmal hier den Part. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.